Im Saarland kennt man den Ausdruck Ziefern, ist das ein Begriff, Ziefern? Nein, also frei übersetzt kann man sagen, Ziefern ist Zicke. Also man sagt Zicke, Ziefern, Ziefern, Zicke, Zicke, meist blond. Nein, wobei es gibt auch dunkle Ziefern, sogenannte Dunkelziefern. Wie wir mal beim Skifahren waren, schaut mich Ziefern schief an. Dann ist sie an eine Kiefer gefahren, zerbrach sich ihren Kiefer dran. Schon blöd, wenn man nicht Skifahren kann. Ja, die zweite Strophe ist jetzt mehr für die jungen Menschen, weil die ist ja ein bisschen morbid, ein bisschen gewaltbereit. Das mögen ja die jungen Leute. Schad, dass keine da sind. Nein, das war jetzt gemein. Ist eigentlich ein super Altersdurchschnitt. Wenn du die gleiche Veranstaltung in München machen würdest, dann hättest du immer einen Altersdurchschnitt, wo du dir denkst, ja, das kann jetzt auch schnell gehen. Nein, ist nicht böse gemeint. Ich schätze ja das Gesetz der Republikum. Ich schätze das Gesetz der Republikum, das ist eine andere Generation, andere Aufmerksamkeit. Es sind einfach Menschen, die kleben dir noch an den Lippen, weil sie nicht mehr so gut hören können. Entschuldigung, ich komme langsam selber in das Alter. Hinten zwickt's, vorn zwickt's. Da schauen wir. Midlife-Crisis. Das Haar wird dünn, das Haar wird weiß. Hurra, ich bin ein Midlife-Kreis. Machen wir eine zweite Strophe. Eine kleine, ziemlich weiche, käsigbleiche, Wasserleiche, die hängt an meiner Angel dran und hat sogar noch Schlittschuh an. Ja toll, was man nicht alles angeln kann. Vielen Dank.